Ja, guten Abend zusammen. Jetzt war heute der letzte Kindergartentag in der Mongolei für Hannah und Felix. In diesem Gebäude waren sie jetzt beinahe jeden Tag gewesen. Jetzt steigen wir ins Auto, wie jeden Tag, und fahren nach Hause. Felix hat sich noch eine Wurst gewünscht. Die werden wir kaufen. Zu Hause haben wir jetzt ungefähr die Hälfte der Sachen gepackt. Ja, Sonntag werden wir hier in Gatschutti-Zelte abbrechen. Und nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit unserer Reise. Ganz liebe Grüße. Tschüss.